Die Auslösung zum Eifer. Piss deinen Vater an. Fick seine Mutter, damit er dir mir was zeigen kann. Erobere seine Frau. Fiss seine Tochter, Junge. Heirate seine Tochter, Dominanz-Teichen. Familienklangründen. Oh Gott. Wow, toller Ball. Das sah eher so aus, als wäre der einfach nur in den Ball reingelaufen. Oh. Wir hören, wir hören auf. Ich mach's weiter, ich mach Rückraum. Was ist mit dir da passiert? Wie hoch ist er gesprungen? Der Bauer kommt mal ins Aus, Alter. Aber ich muss mir das gleich mal ansehen, wie hoch ist er in der Mitte gesprungen? Oh Mann. Denkt auch an der Karim Adeyemi. Ey, Marc, hast du Adeyemi so in Frisur gesehen? Ja, es gibt schon Memes darüber, dass wir Leroy Sané verpflichtet haben. Ja, ich weiß. Sané war einfach sehr schlecht. Und sehr, sehr Loredana. Boah, mein Kopf, Digga. Oh, Digga. Ey, was? Gib dem Digga, der Grote. Aber Roberto Carlos wird stolz auf mich sein. Du musst aber auch mit dem Ausdruck machen. Ja, was glaubst du, was ich tue? Ja, hol dir mal den Ball, Jungen, für außerhalb des Stadions, Jungs. Sind wir hier bei Lutentown, oder? Ja, wir glauben sie gern sein, so wie das Stadion aussieht. Ich stelle mich mit in die Mauer. Ei! Gehalten! Not bad. Boah! Oh, jetzt hat's. Die Frau. Ja, gut, ne? Dass wir sie von der Frau erwarten. Äh. Ähm. Also, Jungs. Ich brauch dich als Hexe. Danke, dass du mich enttäuscht hast. Ja, äh. Ich hab's noch versucht. Die Fans. Ich hab meine Beine wegegelitscht. Thomas Partey, Alter. Na gut, ne? Den kleinsten ins Coverdoll zu schicken ist vielleicht nicht so ganz so geil. Adler. Warum heißt du Adler? Ist du immer so... Ist du nicht so ein Nazi, oder das? Warum kriegt man hier nicht Riesenball? Ich bin Francesco Jünger. Ja. Bist du Nazi? Nein, ich bin Francesco. Richtiger Mono, Alter. Ja, los Arbeit macht frei. Die Juden mögen dich. Jawoll. Ich bin hinter. Ah, ah, ah. Den hast du kommen, bitte. Ach du. Was hältst du? Alles. Kannst du mir nicht decken, du Arsch. Wumme. Ah, ah. Ich hab den Türen mal umgeküpft. Ah, Jungs. Wir werden wiederum gekonnt. Wie du in der Luft standest. Ist elegant. Für den. Ja, ja. Du musstest halt auch sagen, Digga. Du musstest halt auch sagen, Digga. Ach, komm. Traum war nichts. Schade. Ja, wahrscheinlich, Digga. Da steht einfach frei. Ach, komm. Was ist das denn? Ich hab nach hinten gedrückt. Gutes Manöver. Boah. Das Traurige ist, dass wir bisher die besseren Aktionen hatten. Wir wurden einfach nur zweimal nach Ecken ausgekontert. Digga, wir spielen gegen Union Berlin. Wir spielen gegen Union Berlin. Die machen genau das gleiche die ganze Zeit. Der eine heißt Nega. Der andere heißt Nega. Abdulla. Party ist der Weiße. Karim Abdulla in mir. Karim Abdulla. Irgendeiner von denen, der ist ins Tor gelaufen. Und ich sehe nur N-E-G-G-E-R. Digga. Boah, Alter. Rutschen geschriegt erstmal. Da blick Nega. Da ist Nega. Ja, Nega. Oh nein, Ecke. Scheiße. Ja, Jungs, das war's dann. 3-4-0. Jungs, jemand muss die Ecken absichern. Ich zieh an, ich zieh an, ich zieh an. Du tust das Abseits aufheben. Ja, okay. Oh, gegen die liegen wir dran hinten. Auf dem anderen Seite des Spielfeldes. Hier ist eine riesige Lücke. Lass sie aus. Was ist eine Frau? Wie unrealistisch. Was ist eine Frau? Nein, das ist eine Frau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du was gesagt hast. Halt den Maul. Warum? Warum sind es so viele? Fick ihn, was ist denn hier los? Die haben irgendwie 15 auf dem Platz, oder? Die haben echt 3 Spieler mehr. Oh, bitte sagt der Eriksen, hat diesen Hinfall-Jubel, Alter. Scheiße. Er hat einfach 3 Sekunden gebraucht, um es zu realisieren, Alter. Ach, diese Scheiß-Autisten, ehrlich, Alter. Ja. Ach, komm, Vicka, was ist denn mit dir? Scheiß-Fortwärter, in der Nacht vergewaltige ich dich. Was? Wenn ich zum Auto-Revent, any Ray, just say yes. Oh Gott. Ja, bitte. Er liegt nicht falsch. Es ist an sich eine richtige Aussage, muss ich ja sagen. Schick, schick, schick. Jetzt mach ich den... Die hat ihn einfach 2 Meter weiter, einfach jetzt ausgeschossen. Aber auf dem Stadion, Alter. Jetzt kontern wir mal. Danke, danke, danke. Ein wunderschönes Tor. Ja, für doch mal Zeit. Boah, der hat einfach nur sein Maul offen grad. Warum bin ich auf einmal rechts? Ich war schon immer rechts. Hahahaha Kölnögon-Hexe! Wer ist eigentlich unser Trainer? Ähm, der mit dem... Der mit dem Anzug läuft. Also keine Ahnung, egal von dem Arsch-Stechen da. Der hässliche Rechte wahrscheinlich. Ja, stimmt, weil die haben unsere Zickles an. Was? Aber warum? Warum? Weil du den Ball hattest. Ne, weil ich gedrückt hab. Ja, aber warum hast du gedrückt? Weil er den Ball hatte. Ne, eigentlich hätte ich nur Lust drauf. Oh, stark! Zum Glück hast du gedrückt. Jetzt werden wir wieder ausgekontert und Kassinas Viertel vor. Warte, 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 warte. Ciao, ist alles gut gegangen und jetzt kontern wir. Jetzt machen wir einen Tor. Ja, stark. Halt, maul, halt, maul, das funktioniert. Einfach zur Frau geschossen. Er wird schon wieder von seinem Vater geknechtet. Was? Ach so, ich dachte du würdest... Boah, oh Gott. Jawoll. Ach, dieser Scheiß-Einzelgänger, bist du ohne oder was? Ja, du kriegst sie anscheinend nicht hin. Ne, wir machen eine kurze Ecke. Ich kann die nicht reinmachen. Doch, hast du Angst, dass wir ausgekonter werden? Ich frag mich wohl bloß warum. Lass doch hin, Bruder. Ey, war geplant. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, war doch nicht geplant. Jetzt werden wir wieder ausgekontert. Jetzt werden wir wieder doch ausgekontert. Du geliebt. Ey, das war nicht meine Schöne. Ich hab den Ball nicht verloren. Stark. Hä? Wo ist das mal? Ja! So eine Scheiße, ehrlich war. Warum bin ich in der Mauer? Auf der Mauer, auf der Mauer, auf der Mauer sitzen keine Linus. Ich lass' euch alleine stehen. Oh. Jawoll. Schick! Mit der... Weißt du, dass ich so scheiße auch ange... Ah, angenommen. Nein, ich hab geschickt. Mit der Brust. Ja, mit der Brust. Ich hab 3 gedrückt. 10, 19, 22. Hm? Achso. In der 10., 19. und 22. Minute. Anhand deren Tore können wir einfach gucken, wie viele Ecken wir hatten. Neu. Toto Wolf hat einfach gesagt, dass die schon aufhören, damit ihren Wagen zu entwickeln und schon aufs nächste Auto gehen. Das macht Red Bull doch auch schon. Ja, Red Bull hat aber auch ein Auto, mit dem sie den Rest der Saison... Ach, die sind doch noch kacke, die Mercedes. Ja. Und wenn jetzt noch Aston Martin und Ferrari und McLaren weiter Upgrades bringen? Ja. Du, Luke Hamilton ist sowieso nur Sechster. Wer schwatzt mir da eigentlich ins Ohr? Alex. Was? Ah, ok, dann ist es Harry. Oh Mann, Alex, du Hurensohn. Hast du, jawoll. Wir konnten dann halt auch nur rum, ne? Ich mach Meta, ich mach Meta, ich mach Meta, ich mach Meta! Ich mach Meta, ich mach Meta! Ich mach Meta, ich mach Meta! Gibt der eigentlich? Ja, ahnung. Anstatt abzuspielen! Richtig guter Schuss! Der hat Richard gesagt, unglücklich! Ach so! Schade! Und der Kommentar hat gesagt, wenn so ein Volley reingeht, dann steht das Stadion Kopf. Warum wird denn so ein Ding da rauskommen? Alexander! Alex! Du spielst gegen uns! Ja, komm! Hä? Du spielst gegen uns! Ja! Und ich hab fein gewechselt! Der Job gemacht! Arschloch, ey! So während dem Spiel, ich bin in die Kabine gegangen, kurz in die andere rein und dann... Kurzwasser das Trikot angezogen! Hau hinweg! Bitte! Ne, ne, nur das Trikot angezogen! Kein Vertrag, sondern einfach nur mal so, Probetraining! Probetraining! Und du machst das Spiel! Ach komm! Wo ist keine Panne? Also es ist ein Luft hier! Jawoll! Ach! Matthias ist das so ein dummer F***er, ne? Ich weiß es gar nicht! Oh! Pff! Ah, ist alles ok! Man ist das Kofferloi gewinnt! Ja gut, ich hab doch keine Aufnung! Schön gelockt! Hat uns nichts gebracht, weil jetzt kommt der Ball wieder so rein! Jawoll! Hey! Aber das ist dann nichts oder was? Der rauscht mir von hinten rein! Ja gut, und dann machst du das unsere Antwort oder? Ich bin einfach zu Schänden! Ach, vielleicht nur auf alle Schwarze! Nur das Schmerzen! Ey, ich bin schon wieder in der Mauer! Oh, ich bin in der Schiri! In der Schiri! In der Schiri! Guck mal! Ihr Arsch ist in deinem Bauch. Steh drauf. Das war die Abseits. Ach komm, was ist das für ein Ball, Alter? Ich lauf anders. Seid mich am Arsch. Warum ist Dumbo überhaupt jetzt hinten und fucking Dings im Sturm? Warum nicht? Ja komm, das Spiel können wir auch einfach aufgeben. Können wir einfach rote Karten sammeln. Na, weiter geht. Toll, wer noch. Ach ja, schau mal Eriksen hat doch nicht den Juli. Ein Martinez auf dem Ball. Habt ihr irgendwas gegen mich oder warum spielt ihr immer auf die linke Seite, Alter? Mal reinziehen. Ich muss einmal vorne stehen. Mach 12 Meter, was wollen die jetzt? Boah, Alter. Ja. Das war gestrecktes Bein. Oh. 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 Ja, blöd gelaufen würde ich sagen. Jetzt seid ihr beide in der Mauer. Warte mal. Hier, könnt ihr zwei in der Mauer chillen. Och, dicker. Warte, ich kann Max spammen. Zeitspiel. Schützrichter. Boah, Alter hat er den Gehörer-Kick stark. Die waren so gut wie die von Felix. Die sollten ihn dafür beauftragen, Leute, Sachen in den Mars zu schießen, Alter. Was macht er? Ich hab 4 gedrückt, er macht einen Ausfallschritt. Ja, wir sind spärlich besetzt in der Fall. Was? 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 Warum trinken? Gute Krätsche. Nein, ich hab den Ball getroffen. Ich hab den Ball getroffen. Ich hab den Ball getroffen. Hast du nicht, Alter. Ich hab jedes Spiel eine gelbe Karte. Ich hab jedes Spiel eine gelbe Karte. Ich würd das mal überdenken, wenn du dich darüber aufregst, warum du Leute grätschst. Ich hab nur den Ball getroffen. Jungs, zwei Mann mal auch reicht. Ach, dicker. Ja, Digger, war der Freischussqualität von dem. Hä? Was macht er? Der Gegner stellt sich mit rein. Was macht ihr da? Was? Aufsatz. Vorne durch jetzt, Schick! Vorne durch! Du dummer Hurensohn. Warum bin ich auf einmal links? Rechts. Ich hab die im Aufschung, glaub ich, umgestellt. Ich weiß auch nicht, es fehlen viele Spiele. Warum ist Jumo links außen? So ein Teamstuff! Du bist so ein Arschloch! Hau ihn weg! Okay, warte, lass dir mal in Ruhe, lass dir mal in Ruhe! Du solltest ihn in Ruhe lassen! Du hast doch nicht getackelt! Ja! Absolut verdient! Was war jetzt? Ich hab nichts gedrückt! Vor allem unsere Doppelgrätsche war gar nichts! Aber das war faul! Warum stehst du nicht in der Mauer? Weil du scheiße bist! Du bist eine Frau! Hast du gesehen, was hier gerade passiert ist? Lauf mal wieder rein, das glitsch voll! Ich kann nicht erzählen! Nein! Warum zuck ich eigentlich so nach vorne? Soll ich vielleicht dich anziehen? Boah, leck mich am Arsch! Abseits Schiri! Da war's faul im Spiel! Das war jetzt das perfekte Pro-Club-Spiel! Da waren Fans auf dem Platz! Das Geilste ist, wir hatten drei Spiele, die mehr unserer Pro-Club sich beschreiben könnten! Eine richtige Klatsche, irgendeinen komischen Sieg! Boah! Und ein Tor in der letzten Spielsekunde! Jetzt halt, jetzt kommt das Comeback! Weil jetzt... Gib mir in den Rückraum! Den hab ich noch! Boah! Alter, drei Leute! Da wird nichts! Nein! Nein! Du hast nur ein... Du bist nur ein Stück Scheiße, Alex! Ich hasse alles an dir! Du fetter Autist, Alter! Der wär reingegangen, hat dir nichts gesagt! Safe! Mann-O-Meter! Mann-O-Meter! Boah! Boah! Sag das, wenn das so eine Spätie ist! Ja, okay, ist es auch! Gib doch! Ja, dann lauf doch! Mann! Was machst du da? Du bist so dumm, Digga! Du bist einfach nur ein Arschloch! Du fetter Negasau! Du bist so dumm! Ah, nur weil dein Charakter nicht weiß ist! Deswegen, sonst hätte ich gepasst! Ja, komm, Ars! Ja, Nudel, Alter! Schnauze! Komm! Du bist so ein Arschloch! Wenn ihr Scheiße bauen dürft, dann darf ich das auch! Ich hab zumindest die Latte getroffen! So verdient, dass die... Dass das Mädchen nicht mit dir in eine Beziehung wollte! Du Bastard! Du bist ja trotzdem gevögelt! Warte! Wollte ich mich nicht in eine Beziehung mit dir? Nein! Das hab ich gar nicht mitbekommen! Na naaa! Ist es mir leid, Linus? Jetzt hab ich was reingerufen! Jaaa! Oh mein Gott! Alles geht back up! Aber ich durfte sie einmal nudeln! Für 20 Minuten! Ohne zu wichsen! Ach, komm, wenn du da reingehst! Aber er ist auch nicht ge... Na, okay! Er hat gesagt, der ist nicht gekommen! Das kommt zwar alles auf YouTube, Linus! Das kann sich deine Schwester anhören! Ehren Tor bitte! Nein! Du läufst doch in den Gegnern! Jawoll! Hey, Jungs! Abseits! Nein! Ihr Fotzen! Wie kann das Abseits sein? Abseits Chiri! Abseits Chiri! Siehst du richtig? Ey! Hurensöhne! Einfach nur Hurensöhne! Scheiße, einfach Brasilien! Vertraut mir! Gib mir den Ball! Am Anschluss! Machen wir noch das 7-2! Oder das 8-1! Eins von beidem! Mach ein Eigentor, damit wir nicht Brasilien sind! Gib mir den Ball! Das bin ich echt, du Hurensohn! Ich bin doch ein Eigentor! Digga, du Ochse!